Das 2-in-1-Gerät, ein Hybrid, aber ich für meinen Teil ist den Laptop vor mir stehen. Also jetzt müssen wir erstmal sagen, wir haben diese Geräte außergewöhnlich zu einem Preis, der eigentlich unmöglich ist. Weil hier allein bei deinem Liebling haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von HP von 1549 Euro. Zu Recht, weil die Technik ist absolut der Hammer. Wie kann jetzt so ein Preis entstehen, den Sie jetzt eingeblendet sehen? Ganz einfach, das sind keine beide Geräte, die wir haben, keine nagelneuen Geräte. Es sind geprüfte Leasingrückläufer, das heißt Firmen hatten diese Rechner geleast. Nach der Leasingperiode, meist zwei Jahre, gehen solche Rechner zu unserem Partner. Einem des Neugeräts, also neues Betriebssystem, in dem Fall Windows 11, diese Hybrid-Variante, die Carsten angesprochen hat, 2-in-1. Und du siehst eine wunderbare Tastatur mit Mausfetschlein und einem Touchpad. Mit der Aufsteller sogar hinten dran, das war natürlich sehr klasse. Wut gemacht, das heißt wir haben jetzt wirklich aus einem Laptop einen Tesset-Grafter gemacht. Bist du Haftpflichtversichert? Ich bin sehr gut Haftpflichtversichert, aber das ist natürlich eine Sache. Aber jetzt Spaß beiseite, das ist natürlich genau das Besondere an diesem Gerät. Sie können die Tastatur ganz einfach über diesen Magnetverschluss von dem eigentlichen Computer trennen und machen aus einem Laptop einen Tablet-Computer. Wer was aufwendiges schreiben muss, ist ja oftmals versucht, wenn man so einen Discounter, so ein Sonderangebot sieht, ich sag mal einen Rechner, ein ganz anderes, also gerade bei grafischen Sachen genau machen. Hier, das ist ein aktiver Touchpen. Der kostet allein bei Halten, auch ohne Batterie kann man ihn als Touchpen nehmen. Aber wenn man richtig zeichnen und arbeiten will, bitte Batterie mit reinnehmen. Ist einfach mit dabei, kostet keinen Cent mehr. Und jetzt will ich unseren Zuschauern, warte, ich mache mal den Touchpen wieder hier rein, unseren Zuschauern zu zeigen, wie einfach es ist aus dem Tablet. Kleinen Finger, wenn es sein muss, wenn du gerade am Tastatur gerne Serien. Ja, sehr gerne sogar. Da ist ja im Bett eine Tastatur immer im Weg. Finde ich auf dem Tablet auch wesentlich angenehmer, muss ich zugeben. Nur, ich sag mal, beides zusammen, wenn man jetzt sagt, ich könnte mal einen neuen Laptop gebrauchen, ich könnte mir aber auch mal einen Tablet-Computer vorstellen, ist natürlich neu gekauft, beides hintereinander weg. Eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit, wenn man beides haben möchte. Hier müssen Sie zum einen nicht wirklich tief in die Tasche greifen, weil wir Ihnen hier einen geprüften Leasing-Rückläufer anbieten und zum anderen haben Sie ein 2-in-1-Gerät. Das heißt, wenn Sie ein Laptop brauchen, nutzen Sie das Laptop, wenn Sie lieber mit dem Tablet-Computer was machen möchten, eine Büro arbeiten oder vielleicht ein bisschen privates Vergnügen, dann nutzen Sie ganz einfach die Möglichkeiten des Tablet-Computers. So, wir gucken mal kurz bei Perl.de vorbei. Rind, alles dran und dann noch Port- und Versandkosten frei geliefert. Wenn wir jetzt keine mehr haben, Ralf, können wir natürlich nochmal 50 Stück nachbestellen. Ja, das ist immer das einzige Manko bei unseren geprüften Leasing-Rückläufern. Die bekommen wir genau in der Stückzahl, die wir ergattern können. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Das X2 war vor Weihnachten sehr beliebt, ist immer noch beliebt. Und da können wir jetzt die Prognose stellen, bald ausverkauft. Und dann macht man dann auch noch Markenqualität und dann auch noch mit dieser modernen Technologie Windows 11 ebenfalls als Betriebssystem. Übrigens nochmal frisch lizenziert. Also auch wenn das Gerät nicht nagelneu ist, Sie werden niemals den Eindruck haben, dass damit schon mal irgendjemand gerechnet hat. Es ist einfach für mich von einem Neugerät, wir schauen die Geräte ja auch immer an, so gut wie nicht zu unterscheiden. Ob als Tablet oder als Laptop, ganz egal. Übrigens auch, wenn Sie jetzt die Tastatur wieder aktiviert haben, was ja mit der Verbindung gemacht wird, haben Sie weiterhin das Touchpad zur Verfügung oder den Touchbildschirm. Man kann also dann beides machen. Man kann schreiben, man kann aber auch mal scrollen mit dem Finger. Das geht alles. Der ist hier ja auch schon integriert. Also so viele Vorteile bei diesem Gerät. Und natürlich müssen wir nochmal sagen, der Preis ist der Wahnsinn. Dann noch eine Sicherheitsoption, weil ich es gerade entdecke, ich jetzt fast vergessen. Auf der Rückseite ist hier auch noch, das kennt man von modernen Handys auch, ein Fingerabdrucklesegerät. Sie können also auch hier... Einen schönen Hybriden, das heißt, Sie können hier gerne die Vorteile eines Laptops nutzen, wenn Sie viel mit Text... ...Tablet. Ich gebe dir das jetzt mal rüber. Hoppla! So, mit einem normalen Tablet hätte ich jetzt Schrott und hätte einen Versicherungsfall. Das ist wirklich komplett robust. Wenn das jetzt ein Betonboden wäre, bis 1,80 Meter, auf die Anschlüsse, USB-Anschlüsse. Jetzt bitte ich dich um etwas. Wie groß bist du? 1,56 Meter. Stehst du mal kurz auf und lässt es so aus Brusthöhe fallen. Ja, wirklich? Ja, lass einfach mal. Tut weh, man macht das nicht gerne. Man traut sich nicht. Mach Hilfe! 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 Es ist runtergefallen. Ja, jetzt guckst du dir an. Du brauchst da keine Angst haben, selbst wenn es auf die Kante aufkommt. Das ist so robust, so bruchsicher. Und ich muss sagen, mein Sohn, der hat auch Handwerk gelernt. Der ist auch so ein Spezialist. Der hat also gefühlt alle zwei Monate, oh, mein Handy ist kaputt. Dann hast du jedes Mal wieder hinlegen dürfen, halten. Und das wäre zum Beispiel auch, ich übertreibe es mal ein bisschen, ein super Tablet oder ein super Rechner für dich lassen. Und das macht schon richtig Spaß, das mal zu demonstrieren. Wir haben das letzte Mal auch ins Aquarium reingeschmissen. Es ist wasserdicht. Und das ist für mich perfekt. Und wenn Sie Handwerker sind und sagen, Mensch, so was für die Pläne, die ich brauche. Man nimmt ja heute keine Faltpläne mehr mit und plant die auf dem ganzen Tisch. Man hat das ja alles online. Da haben Sie es. Und wenn es dann mal in Matsch, in Dreck auf den Betonboden fällt, ja und haben Sie ein Taschentuch in der Tasche, wischen Sie es ab. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich habe gehört davon. Ja, 1905. Schauen wir auch mal auf den Preis von Pearl.de. Und dann sehen Sie, was Sie als Pearl.de umgeht. Mit dem hier könnte ich mir das gar nicht vorstellen, überhaupt nur mal rauszugehen, mal auf eine Baustelle oder da, wo es staubig ist. Mit dem überhaupt kein Problem. Also hier, das ist ein super Rechner, aber wenn der vom Tisch fällt, ist wahrscheinlich mindestens eine Ecke kaputt. Wenn man Pech hat, das Display hier. Oh, hoppla. Ja, passiert nichts. Das kann man machen. Natürlich jetzt nicht. Irgendwas klappt am Computer nicht und du möchtest ihn gegen die Wand werfen. Würde ich mit dem Gerät nicht empfehlen. Weißt du warum? Weil die Wand kaputt geht. Die Wand geht kaputt, nicht das Gerät. Nein, aber es macht das System. Das müssen wir auch noch mal sagen. Das ist ja nicht, irgendjemand hat schon mit diesem Betriebssystem gearbeitet, sondern das ist frisch für sie lizenziert. Ich bin Fan dieses Geräts. Und ich weiß auf Anhieb auch ein paar Leute, die sowas gebrauchen können. Ich habe auch bei mir, früher hat man Bauern gesagt, heute sagt man Agrartechniker, glaube ich. Aber Bauer ist, glaube ich, nicht. Das ist nicht böse gemeint, wenn man das so sagt. Die unterwegs sind. Und wenn man im Außendienst ist, ich könnte mir das auch vorstellen bei diesem ganzen Kabelbau, Glasfaser, Telekom. Die sind ja draußen, die sind im Matsch, die sind in Gummistiefeln, teilweise im Hochwasser und müssen trotzdem Planungssicherheit haben mit einem Rechner, der sie nie im Stich lässt. Panasonic hat es geschafft und es ist eine WXGA-Auflösung. Also das ist wesentlich stärker als HD. Die ist hervorragend. Man hat natürlich auch diese Scroll-Funktion. Aber wie gesagt, wenn man einen Job hat, wo man viel, ich sage mal, nichts zu Hause ist, sondern wirklich Outdoor oder auch Angler. Hier Angler, Baustelle, Tiefbau, Hochbau, Kabelbau. All die Leute, denen würde ich so ein Gerät empfehlen. Das fliegt zwar mal in Dreck und dann ist es dreckig, aber dann wischt man es ab und arbeitet weiter. Bei so einem Gerät, wenn das mal im Dreck liegt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Oder wenn hier dieses Gerät mal in eine Wasserlache, in eine Pfütze fallen würde. Würde das dir auch nicht verzeihen. Nein, würde es auch nicht verzeihen. Dieses Gerät. Also wenn Sie nur zu Hause einen Rechner benutzen, dann holen Sie sich diesen HP. Aber für alle, die Outdoor unterwegs sind, die werden wissen, wie wertvoll das ist. Vielleicht haben Sie auch schon... Da ist Schmutztraub oder ist es mit Staub in Berührung gekommen. Moderne Technik wird Ihnen sowas in den meisten Fällen nicht verzeihen. Dem Panasonic ist es auf Deutsch gesagt völlig egal. Und das zu einem Spitzenpreis in diesem Komplettpaket mit allem drin, allem dran. Knapp 470 Euro Porto und Versandkosten frei. Achtung, von dem Modell haben wir nicht allzu viele Stückzahlen auf Lager. REF 4106 und die 5600. Ich denke, damit haben wir Ihnen sehr außergewöhnliche Geräte gezeigt. Viel Spaß damit.